Position unbekannt Charter 373 Hier spricht Commander Miltz. Mein Schiff wurde von einem undokumentierten Asteroiden getroffen. Position unbekannt Habe 35 Passagiere an Bord. Position unbekannt Auf einer Langstrecken-Erkundungsmission. Schickt Hilfe. Wir haben eine Bruchlandung auf einem unerforschten Himmelskörper gemacht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe eine Überlebende gefunden. Ein Kind. Die Atmosphäre ist atembar. Da draußen ist irgendwas Außerirdisches. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Not Gund schnitzel, das ist eine Erkundung. Das ist eine Erkundung. Die Atmosphäre ist eine Erkundung. Die Atmosphäre ist eine Erkundung. Wir müssen leise sein und weitergehen. Wir beide werden nach Hause kommen. Nach Hause. Familie. Bereit. Untertitelung des ZDF, 2020